Oh Gott, ey, wenn ich das irgendwo sehe, ey, oh, ich werde jetzt schon rot. Sebastian, Titelverteidigung in der Heimatstadt, wie fühlt es sich an? Also den Titel in der Heimatstadt zu verteidigen, fühlt sich für mich sehr gut an. Ich habe hier meinen Gym, ich habe hier meine regulären Abläufe, die ganze Familie, Freunde, mein Team steht hinter mir und es ist eine gewohnte Umgebung, also besser könnte es nicht sein. Was verbindest du mit der Swiss Life Hall in Hannover? Mit der Swiss Life Hall in Hannover verbinde ich grundsätzlich erstmal viele Events, bei denen ich Zuschauer war von Wheel of MMA, als auch natürlich meinen Titelkampf vor zwei Jahren, was auch mein erster Kampf hier direkt in Hannover war. Was hat sich in den letzten zwei Jahren Pause bei dir getan? In den letzten zwei Jahren Pause, muss ich sagen, war der Fokus wirklich stark aufs Training und ich würde sagen, ich bin definitiv besser geworden und konnte die Zeit gut nutzen. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Meine Vorbereitung aktuell sieht so aus, dass wir zweimal am Tag trainieren, verschiedene Einheiten, sowohl Technik als auch Ausdauer, Sparring, Cagework, Boden, alles was so im Grunde im Fokus ist und dementsprechend natürlich auch für den Gegner benötigt wird. Welche Emotionen kommen in dir hoch, wenn du den Käfig betrittst? Wenn ich den Käfig betrete, kommen in mir relativ wenig Emotionen hoch, da ich eigentlich nur Aufregung oder Adrenalin verspüre. Lastet auf dir mehr Druck, wenn du zu Hause kämpfst oder ist das eine zusätzliche Motivation? Zu Hause in der Heimatstadt zu kämpfen ist natürlich schon ein sehr hoher Druck, motiviert mich aber auch umso mehr. Wie schaffst du es in einer hitzigen Situation, die Ruhe zu bewahren? In einer hitzigen Situation die Ruhe zu bewahren ist für mich eigentlich selbstverständlich, da ich mich überhaupt nicht darauf einlassen möchte, zu überpacen, zu überdrehen oder auch den Fokus zu verlieren. Dein Gegner bringt ordentliche K.O. Power mit. Beeinflusst das dein Kampfstil? Dass mein Gegner ordentliche K.O. Power mitbringt, tangiert mich nicht, beeinflusst auch nicht meinen Kampfstil. Ich gehe gut vorbereitet und fokussiert in den Kampf, wie in jedem anderen Kampf auch. Worin siehst du deine größten Stärken, sowohl im Cage als auch mental? Meine größten Stärken im Cage und mental sehe ich tatsächlich auch in meiner mentalen Verfassung. Und ich muss auch ganz klar sagen, der Cage an sich ist für mich auch einfach wie nach Hause kommen. Kann man das so sagen? Ja, also das ist richtig. Ist ja so. Viele Profis sagen, Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Stimmt das? Also, dass die Kämpfe bei Profis im Kopf gewonnen werden, kann ich auch bestätigen. Das hat für mich einfach auch damit zu tun, den Fokus nicht zu verlieren und auch in seinem Tunnel immer trotzdem nach links und rechts zu schauen. Und natürlich auch bedingt durch mein Körpergewicht und die dementsprechende Gewichtsklasse ist irgendwann auch, muss man so sagen, konditionell ein Limit erreicht. Und dann entscheidet wirklich der Kopf. Deine Botschaft an die Fans in Hannover? Als Botschaft an die Fans in Hannover habe ich eigentlich nur, kommt vorbei, sichert euch jetzt schon Tickets. Ich hoffe, ich kann euch eine geile Show liefern und wir haben alle eine Menge Spaß miteinander und eine gute Zeit. Dein Schlusswort? Mein Schlusswort ist, dass ich mich eigentlich auf das Event am 30.04. in der Swiss Life voll freue. Zusammen mit Wheel of MMA einen guten Abend zu haben, eine schöne Show. Und ja, seid alle dabei, kommt zahlreich, supportet uns. Und ja, seid alle dabei, kommt zahlreich, supportet uns. Und ja, seid alle dabei, kommt zahlreich.